Morgen liebe Pfeifenfreunde auf YouTube. Gerade habe ich mir eine dicke fette Pfeife gestopft mit den letzten Resten dieser wunderbaren Freenance Dose schon etwas angereift, der Tabak. Und die letzten Brösel habe ich wirklich noch auch unter dem Papier rausgezogen und jetzt die Pfeife damit nahezu randvoll gemacht. Ich glaube mir ist eine ganz gute Füllung gelungen. Die habe ich jetzt auch noch mal richtig zelebriert und mir schön Zeit gelassen dafür und alles schön aufgestapelt und zwischengeschichtet. Und mit ein bisschen Wehmut zünde ich die jetzt an. Ein bisschen Wehmut, weil gestern hat mir der Horst unser Krampfabschiff neue Dosen mitgebracht. Und zwar vollzog sich ja jetzt eine Umstellung, dass die Freenance inzwischen bei McGarran hergestellt werden. Und dazu möchte ich jetzt später noch ein paar Worte verlieren zu dieser Neuerscheinung. Jetzt mache ich mich allerdings erstmal auch den Weg zum Postamt. Es ist 7.40 Uhr. Es wird Zeit, dass ich losgehe. Ich nehme die Pfeife mit auf den Weg und melde mich. Und dann im Lauf des Tages nochmal. Und dieser Pfeife hier habe ich schon bereits die Mac Barron Freenance. Und dann wollen wir die Geschichte nachher auch nochmal im Vergleich unterziehen. Aber dass ich diese Pfeife hier mit dem Tabak hier mit Wehmut rauche, das kann ich schon mal sagen. Vielen Dank. Das war's.